Wir lesen zusammen im Buch der Sprüche, Kapitel 14, und ich bete noch mal kurz. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für deine Treue, für deine Gnade. Danke, dass du geduldig mit uns bist. Herr, hilf du uns, reinige du unsere Herzen jetzt, dass wir dein Wort mit Sanftmut aufnehmen in uns, dass es gute Frucht bringen kann. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns hilfst, mir hilfst beim Reden, uns hilfst beim Hören, dass du sprechen kannst. Danke, Herr, dass du dein Wort gebrauchst, um den Glauben in uns zu bauen, um uns Licht zu geben auf unserem Weg, um uns auch Kraft zu geben durch deinen Geist, um zu heilen, um aufzurichten, um zu erneuern, um zu stärken, um uns recht zu weisen und zu lehren. Wir danken dir für das kostbare Geschenk deines Wortes und bitten dich, dass du dein Wort jetzt segnest für uns. Amen. Sprüche 14, schlag mal auf, Sprüche 14, wir sind mittendrin im Kapitel, Vers 17. Der Jähzornige begeht Narrheit und der Ränkeschmied wird gehasst. Jähzorni ist etwas, was uns gezeigt wird im Brief an die Galater. Paulus schreibt an die Galater in Galater 5, dass es ein Werk des Fleisches ist, ein Werk eines, des, ja, unseres alten Wesens, unseres gottlosen Wesens. Der Jähzorn ist dieses schnelle Aufwallen des Zornes. Wir werden nachher noch drüber hören, dann kommt noch ein weiterer Spruch mit dem Jähzorn. Aber so viele Dinge, die wir im Zorn sagen, die wir im Zorn tun, die wir bereuen hinterher, die Narrheit sind. Wir brauchen Reinigung davon, wir brauchen Umkehr von dem Jähzorn. Gott sagt in seinem Wort Jakobus 1, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes verbringt nichts Gutes. Gottes Wesen ist es, dass er langsam zum Zorn ist. Groß an Gnade, geduldig und barmherzig. Gott möchte, dass das in uns, in seinen Kindern auch Realität wird. Er möchte uns umgestalten, dass wir nicht mehr so sind, so bleiben, wie wir sind in unserem, ja, gottfernen, gottlosen Fleisch. Sondern er möchte, dass sein Geist in uns die Frucht hervorbringt, der Geduld, der Langmut. Der Ränkeschmied wird gehasst. Ja, die Bösen, die Böses schmieden, die Intrigen sich ausdenken. Das sind die, die, ja, die Bösewichter, ne, in den Daily Soaps, wenn du deine Serie guckst, ne. Da gibt es immer die, die ständig irgendwelche Intrigen anzetteln, ne. Mit denen möchte man nicht befreundet sein. Und weil am Ende, selbst wenn du sein Freund bist, irgendwann wendet er sich gegen dich. In seiner, ja, in seiner Art und Weise, wo er ständig irgendwelche Intrigen schmiedet und irgendwem was Böses auswischen will. Das ist das Los eines Ränkeschmiedes. Er wird von allen gehasst am Ende. Vers 18. Die einfältigen Erben Narrheit, die Klugen aber werden mit Erkenntnis gekrönt. Und diejenigen, die unverständlich bleiben, sie werden am Ende Dummheiten begehen. Wer sich aber lehren lässt, und das ist das, sich lehren lassen. Wir wollen so ungern uns lehren lassen in unserem Fleisch. Wir wollen nicht so gerne uns was sagen lassen. Wir wissen doch selbst Bescheid. Wir wissen es selbst immer besser. Aber das ist einfältig, das ist unverständlich. Und der Lohn dafür ist Dummheiten. Wir begehen jede Menge Dummheiten in unserem Unverstand. Die Klugen aber werden mit Erkenntnis gekrönt. Vers 19. Die Bösen müssen sich niederbeugen vor den Guten und die Gottlosen an den Türen des Gerechten. Das spricht vom Endgericht. Jetzt ist das noch nicht immer zu sehen. Aber am Ende wird es so sein, dass der Böse, der stolz und überheblich herabschaut, auf den, der Gutes tut, der gerecht lebt in dieser Welt. Der Böse und der Gottlose. Sie müssen sich niederbeugen. Am Ende werden sich beugen alle Knie vor dem Gerechten, vor Jesus. Aber es wird auch denen zugesagt, die Jesus folgen. Das lesen wir in Offenbarung 3 in dem Wort von Jesus, dem auferstandenen Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. In Offenbarung 3, Vers 8 schreibt Johannes auf, dass Jesus sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Diese Gemeinde hat scheinbar wenig, wenig Kraft. Aber sie hat etwas, was Jesus unheimlich schätzt. Sie haben das Wort. Gottes Wort, was sie bewahren, was sie ernst nehmen. Wie Psalm 1 sagt, sie denken nach über das Wort Gottes Tag und Nacht, über die Unterweisung Gottes. Sie bewahren es in ihrem Herzen. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast dich zu mir bekannt. Ich gehöre zu Jesus. Jesus ist der Herr und Jesus ist mein Herr. Ja, die Gerechten, sie sind, wie wir das in der Offenbarung vielfältig sehen, diejenigen, die leiden, so wie wir letztes Mal auch gesehen haben. Diejenigen, die, auf die herabgeschaut wird. Aber Jesus sagt, diejenigen, die sich stolz erheben, die sich selbst groß machen, sie werden sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und Jesus sagt, halte fest, halte das Wort fest, halte das fest, was du hast. Bewahre es, bleibe da drin. Bleibe in dem Wort. Halte fest an dem Wort. Halte fest an meinem Namen. Dann wirst du am Ende gesegnet sein, wirst im Gericht, wirst nicht ins Gericht kommen, und du wirst sehen, alles Böse muss sich beugen, alle Gottlosigkeit muss sich niederwerfen. In Sprüche 14 Vers 20 steht, selbst seinem Nächsten ist der Arme verhasst, aber die Freunde des Reichen sind zahlreich. Das ist wieder so ein Spruch, der die Gegenwart beschreibt, so wie sie ist, so ist das Leben. Wir sehen es in der Geschichte, die Jesus erzählt, von dem reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann, der seinen Lebtag voller Freude mit seinen Freunden ist und feiert und draußen sitzt der arme Lazarus, alleine im Stich gelassen. Keiner will mit ihm sitzen, keiner will mit ihm Gemeinschaft haben. Selbst seinem Nächsten ist der Arme verhasst, aber die Freunde des Reichen sind zahlreich. So ist es auch mit Christus. Er ist arm geworden um unseretwillen. Er ist ein Armer geworden, ein Ausgestoßener. Er hängt am Kreuz, alleine, verspottet, verachtet von allen. Selbst seine Nächsten haben sich abgewandt von ihm. Aber die Freunde des Reichen sind viele. Der Antichrist wird viele um sich scharren. Er wird beliebt sein bei allen. Er wird ein großes Volk sammeln um sich herum. Und doch wird es so sein, wie wir eben gesagt haben. Im Endgericht wird Gott alles wenden. Gott wird die Hungrigen speisen, die Reichen werden aber leer ausgehen. Er wird den Niedrigen erhöhen und den Hochmütigen erniedrigen. Er wird es alles wieder zurecht bringen, dass es ins rechte Lot kommt. Und unsere Aufgabe jetzt hier als seine Kinder, die wir jetzt schon das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in uns empfangen haben, ist, ja, das jetzt schon auszuleben. Jetzt schon ein Zeugnis zu sein für das kommende Reich. Jetzt Salz und Licht zu sein in dieser finsteren Welt. Dass wir uns nicht halten zu den Reichen, sondern zu den Niedrigen. Dass wir unser Herz öffnen für diejenigen, für die keiner da ist. Und dass wir uns abwenden von denen, die von aller Welt geliebt sind. Denn wer seinem Nächsten Verachtung zeigt, sündigt aber wohl dem, der sich über die Elenden erbarmt. Verachtung ist Sünde. Wenn wir auf jemand anders mit dem Finger zeigen, wenn wir auf jemand anders herabschauen, wenn wir jemand anderes verurteilen, wir versündigen uns. Wohl aber dem, der sich über den Elenden erbarmt. Erbarmen ist was Wunderbares, was Wunderschönes. Verachtung ist was Hässliches. Gott hat wohlgefallen an Erbarmen. Er selbst ist voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit. Wenn er Menschen anschaut, dann blickt er nicht mit Verachtung auf sie, sondern mit Erbarmen. Verachtung ist Sünde. Wenn denn der Pharisäer das Wort Gottes gekannt hätte, dann hätte er gewusst, dieses Gebet kann ich nicht sprechen, ohne mich zu versündigen. Danke, Herr, dass ich nicht so bin, wie die Mörder und Ehebrecher und Diebe und wie dieser Zöllner da hinten. Wenn er dieses Wort bedacht hätte, dann hätte er gewusst, dass er sich versündigt gegen Gott. Wer seinem Nächsten Verachtung zeigt, sündigt. Das ist ein ganz schlichtes, einfaches Wort, wie die Sprüche manchmal so, die Dinge so klar auf den Punkt bringen. Es ist manchmal wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, diese ganz einfachen, schlichten Wahrheiten. Wenn du einen Menschen, deinen Nächsten verachtest in deinem Herzen, dann sündigst du. Aber wohl dem, der sich über die Elenden erbarmt. Du wirst der Gesegnete sein, der du dich hingibst an deinem Nächsten, der im Elend ist. Vers 22 Gehen nicht irre alle, die Böses schmieden, aber Gnade und Treue erfahren, die Gutes schmieden. Du kannst Böses schmieden oder Gutes schmieden. Womit bist du beschäftigt? Womit, woran arbeitest du? Etwas zu schmieden, das dauert ja so eine seine Zeit lang. Und man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und dann schmiedet man und arbeitet. Hier im Originaltext steht sogar Flügen, da geht es um die Landarbeit. Ich bestelle mein Feld. Ich baue etwas an, das braucht seine Zeit. Am Ende werde ich etwas ernten. Aber ich werde nur das ernten, was ich auch gesät habe. Und du kannst Böses säen oder Gutes säen. Die Entscheidung liegt bei dir. Wie willst du dein Leben einsetzen? Wofür willst du arbeiten? Was willst du dir aufbauen? Willst du mitarbeiten an dem Guten? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Oder willst du mitbauen an dem Reich dieser Welt, um dem Fürsten dieser Welt am Ende das Reich zu bauen? Gib nur diese zwei Möglichkeiten. Wenn du Böses schmiedest, dann gehst du in die Irre. Aber Gnade und Treue erfahren die, die Gutes schmieden. Vers 23 Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Theorie und Praxis. Reden und tun. So oft, dass wir über Dinge reden und reden und reden und wir tun nicht. Wir machen nicht. Jesus sagt aber ganz klar, es werden viele sein. Wie heißt es in Matthäus 7? Ich will nicht das Falsche lesen. Ich lese lieber vor, Matthäus 7. Ich will nichts Falsches hier zitieren. Bin mir gerade unsicher. Lese lieber vor. Ja, ich habe es falsch zitiert. Darf ich nicht falsch zitieren. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Erster Johannesbrief. Erster Johannesbrief. Kapitel 1. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, und das heißt, dass wir in Aufrichtigkeit unser Leben führen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es gibt noch andere Stellen hier. Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Johannes geht hier an vielen Stellen darauf ein, dass er sagt, da sagt jemand etwas. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus. Aber sein Tun sagt was ganz anderes. Lass Taten sprechen. So könnte man es auch übersetzen. Auch so ein deutsches Sprichwort. Und dann wirst du Gewinn haben. Am Ende kommt Gewinn dabei raus, wenn wir nicht mehr nur beim Reden bleiben, sondern tun. So lange haben wir davon geredet, dass wir einen Video-Livestream einrichten wollen für unsere Gemeinde. Haben wir schon länger drüber geredet, drüber nachgedacht. Aber es musste erst Corona kommen, damit wir in die Pötte kommen und das dann mal machen. Und dann haben wir es jetzt gemacht und jetzt sitzt die ganze Gemeinde auf ihrem Sofa und freut sich, dass sie nicht zur Gemeinde kommen muss. Nein, wir freuen uns natürlich auf den Tag, wo wir wirklich als große Gemeinde wieder zusammenkommen können. Und ja, aber das Reden führt zu nichts. Aber die Mühe aufwenden und sich dann reinknien und sich reinarbeiten in diesen ganzen Kram, wo man nicht weiß, wie geht das eigentlich alles. und dann viele Fehler machen. Aber zumindest haben wir etwas erreicht. Wie lange haben wir darüber geredet, dass wir eine als Lobpreisteam, dass wir eine CD machen wollten? Lange, lange, lange. Sie ist jetzt in Druckauftrag gegeben worden, glaube ich. Wann war das, Tommi? Vor ein paar Tagen jetzt, ne? Na gut. Wann ist sie dann da, Tommi? Wann ist sie fertig? Ende der Woche. Was? Wenn ihr jemanden macht, Ende der Woche. Oh, also es könnte sein, dass Ende der Woche die CD fertig ist. Hammer. Dann können wir sie in die Sommerferien mitnehmen. Gut, bei jeder Mühe ist Gewinn. Also wir haben viel Mühe aufgebracht. Es war schon, haben wir schon viel gemacht und getan. Vorher haben wir immer geredet, geredet, geredet und dann ist nichts draus geworden. Also lasst uns, lasst uns immer wieder zu diesem Punkt kommen, dass wir unser eigenes Leben überprüfen, nicht an dem, was wir sagen, sondern an dem, was wir tun, wie wir leben. Und lasst uns danach ausstrecken, dass Gott uns hilft, dass wir Kraft empfangen durch den Heiligen Geist, nicht beim Reden zu bleiben, sondern ins Tun hinein zu kommen. Denn Jesus sagt, das Entscheidende ist, hast du den Willen des Vaters getan. Vers 24 Die Krone der Weisen ist ihr Reichtum. Die Nahheit der Toren ist nur Nahheit. Ein wahrhaftiger Zeuge ist Lebensritter. Wer aber Lügen vorbringt, ist lauter Betrug. Über den wahrhaftigen Zeugen haben wir schon länger gesprochen, hier in Kapitel 14, Vers 5 vor einigen Wochen. Hier steht, der wahrhaftige Zeuge ist ein Lebensretter. Lass uns mal dazu 1. Timotheus 4 aufschlagen. 1. Timotheus 4, Vers 16. Ne, Vers 12, fangen wir mal an. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, sagt Gott. 1. Timotheus 5, Vers 16. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Interessante Stelle. Wir werden natürlich in der ganzen Bibel darauf hingewiesen, dass es einen Retter gibt. Das ist der Herr Jesus Christus. Und er ist es, der uns rettet vor dem ewigen Verderben. Er ist es, der uns rettet, auch aus unseren kleinen oder großen Nöten. Jesus ist unser Retter. Aber Jesus hat sich entschieden, seine Rettungskraft, seine Retterkraft hineinzugeben in eine Botschaft, in die Botschaft von ihm, in sein Wort. und dieses Wort muss weitergegeben werden. Wir lesen in 1. Korinther 15 sagt Paulus, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Durch die Botschaft des Evangeliums werden wir gerettet. Warum werden wir durch die Botschaft des Evangeliums gerettet? Weil es die Botschaft vom Retter, Jesus Christus ist, von seiner Rettung, die er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Aber die Rettung geschieht dadurch, durch das sie durch das Wort verkündigt wird und dann geglaubt wird, angenommen wird. So geschieht Rettung. Jesus ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Aber seine Kraft entfaltet diese Rettung im Leben eines Menschen nur, wenn er diesen Retter kennenlernt durch das Wort, durch die Verkündigung. Und wenn er es im Glauben annimmt. Dadurch wird er gerettet. So wird er gerettet durch Jesus Christus, den Retter. So wird er aber auch gerettet durch das Wort, was ihm verkündigt wird von diesem Retter. Und hier steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also, das ist die Botschaft, an der darfst du nicht rütteln. Die musst du so festhalten. Das ist deine Rettung, dass du das im Glauben annimmst, dass dein König für deine Sünden gestorben ist und dass er auferweckt worden ist aus den Toten und dass er lebt in Ewigkeit. Das ist das, was dich rettet vom Verderben, vom Gericht. Und so wird ein Schuh draus, wenn Paulus dann zu Timotheus sagt, wenn du Acht hast auf diese Leere, wenn du aufpasst, dass diese Leere nicht verfälscht wird, diese Botschaft, diese Rettungsbotschaft nicht verfälscht wird. Und Paulus sagt, dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Das ist eine Kraft. Die ist so kostbar, so wertvoll, dieses Wort ist so wertvoll, weil es Kraft hat, Menschen zu retten. Menschen gehen verloren, weil sie diese Kraft nicht erfahren. Also es ist wichtig, darauf zu achten, auf dieses Wort, dass es nicht verfälscht wird, dass es lebendig ist, das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Aber nicht nur das, er sagt ja, hab Acht auf dich selbst. Wie er vorher gesagt hat, sei ein Vorbild den Gläubigen. Wisst ihr, der treue Zeuge ist ja der, haben wir ja da gelesen, der treue Zeuge ist derjenige, der die Botschaft treu weitergibt, aber der sie auch verkörpert. Beides. Beides gehört zusammen. Ein treuer Zeuge ist ein Lebensretter. Ja, dadurch rettest du dich selbst und diejenigen, die dich hören. Ein treuer Zeuge ist ein Lebensretter. Wie Sprüche 14 sagt. Wer aber Lügen vorbringt, ist lauter Betrug. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Das ist ein Thema, was uns heute sehr, sehr beschäftigt in unserer Gesellschaft. Wir empfinden das, viele Menschen empfinden das. Sie leiden unter einem Mangel am Selbstbewusstsein, wie man so schön sagt. An Selbstvertrauen. Sie leiden darunter, dass sie Menschenfurcht haben. Und der Weg dieser Welt ist es, diese Menschenfurcht zu überwinden, dadurch, dass man das selbst stärkt. dass man Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen versucht zu lehren, glaub an dich selbst, du kannst auf dich selbst vertrauen, es liegt alles in dir selbst. Du kannst deines eigenen Glückes Schmied werden. Wir haben diese ganzen Selbstsuggestionen, diese ganzen Techniken, dass man, was weiß ich, früher hat man sich einen Walkman, irgendwie so eine Kassette reingelegt und einen Kopfhörer aufgesetzt und dann wurde einem immer gesagt, du bist schön, du bist schön, du bist gut, du bist stark, du bist reich und so weiter und so weiter. Das eigene Ego aufzubauen, sich selbst stark zu machen, dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen, um mit erhobenen Haupt durch diese Welt zu gehen und stolz zu sein und unabhängig. Es ist mir egal, was die anderen über mich denken, andere über mich sagen, ich weiß, ich bin schön, ich bin gut, ich bin stark, ich bin klug. Die Sprüche sagen hier etwas ganz anderes. Diese starke Vertrauen, diese starke Sicherheit und Zuversicht, die wir Menschen und Zuversicht, die finden wir in Gott. Die finden wir in der Ehrfurcht vor Gott. Was bedeutet die Furcht des Herrn? Ehrfurcht vor Gott bedeutet, anzuerkennen, wer ich bin und anzuerkennen, wer Gott ist und anzuerkennen, wer Gott für mich ist. Diese drei Dinge. Das eine ist, anzuerkennen, wer ich bin. Ich bin Staub. Ich bin nur ein Hauch. Ich bin eine Blume, die heute aufblüht und morgen vergeht. Wer bin ich? Nichts. Ich bin vergänglich. Ich bin ein Sünder. Ich habe mich mit meinem Leben Gott gegenüber versündigt und bin nicht mehr würdig, Gottes Kind genannt zu sein, zu heißen. Wer ist Gott? Gott ist der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist ewig. Er ist gut. Er ist heilig. Nichts Unreines ist in ihm. Er ist Licht. Er ist die Liebe. Er ist die Quelle des Lebens. Wer ist Gott für mich? Das zeigt er mir in Jesus Christus. Ich nehme all deine Sünde hinweg. Ich hebe dich aus, auf aus dem Staub der Vergänglichkeit und setze dich unter die Edlen meines Volkes. Du bist ein geliebtes Kind des ewigen Gottes. Wisst ihr, das macht uns stark. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott, die Erkenntnis, wer Gott ist und dass er in seiner Gnade sich mir zuwendet und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das gibt mir Selbstwert. Das gibt mir einen unendlichen Wert. Und da kann kommen, wer will. Da kann kommen, was will. Wisst ihr, dieses künstliche Selbstvertrauen, was wir in unserer Gesellschaft so pflegen und was wir suchen, wo wir viel rein investieren, das ist am Ende nur aufgeblähtes. Und wenn dann Gott kommt mit seiner kleinen Nadel und da rein piekt, geht die ganze Luft raus. Keine Substanz mehr da. zerfällt alles. Bricht alles in sich zusammen. Es ist ein Kartenhaus, was sich Menschen da aufbauen. Ein kleiner Luftzug und alles fällt in sich zusammen. Aber wer auf Gott vertraut, der hat gut gebaut. Wer Gott ernst nimmt, wer Gott ehrt und achtet, wer ihm die Ehre gibt, denn ihm gebührt alle Ehre, nicht mir selbst, sondern ihm gebührt alle Ehre. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Nicht ich bin der, auf den es ankommt, sondern Gott ist derjenige. Wenn irgendetwas Gutes in mir ist, dann ist es Gott. Dann kommt es von ihm. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Wenn wir in dieser Zuversicht leben, wir sehen sie am schönsten ausgeprägt in Römer 8, wenn ihr das mal lest, da am Ende. Ich bin aber gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Engel, Mächte noch Gewalten mich trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist doch eine Zuversicht, das ist doch eine Gewissheit, oder? Die ist unerschütterlich. Und was hat Paulus alles durchgemacht? Wo ist Paulus alles durchgegangen? Und trotzdem hat ihm nichts umgehauen. weil er wusste, Gott ist für mich, weil er kann dann gegen mich sein. Das hat Auswirkungen auf unsere Kinder. Wir können unseren Kindern das vermitteln. Wisst ihr, es ist gut, seine Kinder zu ermutigen, zu stärken, aber viel wichtiger ist es, die Kinder darauf hinzuweisen, wie wertvoll sie sind, in Gottes Augen. und wie wunderbar es ist, einen Papa zu haben im Himmel, der auf mich achtet, der sich um mich kümmert, der für mich da ist. Diesen Selbstwert zu stärken darin, dass du ein Kind Gottes bist. Er hat alles für dich gegeben und er nimmt dich an und er liebt dich und er segnet dich. Du hast es vielleicht nicht verdient, aber er ist so voller Liebe und Barmherzigkeit. Dein Wert liegt nicht in dir selbst, sondern in dem Wert, den Gott dir gibt durch seine Liebe. Und das ist so befreiend, wisst ihr? Weil ich kann und muss nichts leisten, nichts vorbringen, um mir Wert zu verschaffen. Ich gehöre nicht zu den Reichen, nicht zu den Starken, nicht zu denen, die irgendwas erreicht haben im Leben. Ich bin Versager, aber ich bin wertvoll, weil ich Gottes geliebtes Kind bin. das ist das, was wirklich trägt. Und das ist etwas, worin auch Kinder in der Familie, was eine Familie stark macht. Vers 27 Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. In den Sprüchen wird häufiger gesagt, was eine Quelle des Lebens ist. Aber das, was wirklich das Entscheidende in dem Ganzen ist, ist, dass Gott selbst die Quelle des Lebens ist. Und in Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott zu seinem Volk, mein Volk hat etwas Furchtbares getan. Sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. und haben sich Zisternen gebuddelt. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Lass uns immer wieder zurückkehren zu der Quelle des Lebens. Lass uns nicht so sein, solche, ja, wie gesagt, wenn du das Ganze objektiv betrachtest, Gott sagt, das machen noch nicht mal die Heiden, die bleiben ihrem Gott treu, obwohl es gar kein richtiger Gott ist. Aber wie ist es mit meinem Volk? Sie bleiben dem wahren lebendigen Gott, der die Quelle des Lebens ist, bleiben sie nicht treu, sondern sie suchen sich etwas anderes. Lass uns nicht so sein. Lass uns bleiben an der Quelle des Lebens. Und die Furcht des Herrn, wenn wir Gott ehren, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm in unserem Herzen ehren und durch unser Leben ihm die erste Stelle in unserem Leben geben, dann werden wir auch bewahrt vor den Fallstrecken des Todes, vor den Fallstrecken des Widersachers. In der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit eines Königs, aber durch Mangel an Leuten kommt der Untergang eines Fürsten. Ein politisches Wort, ein Wort an die Mächtigen, ein Wort auch über Bevölkerungs Wachstum oder Bevölkerungs Abnahme und Gottes Weisheit lehrt, durch Mangel an Leuten kommt der Untergang eines Fürsten. Wir haben es schwer in Deutschland, weil wir eine Gesellschaft sind, die immer mehr immer ältere Leute hat. Und das ist an sich nichts Schlimmes, nur das Problem ist, je älter ein Mensch wird, desto mehr lässt seine Kraft nach und irgendwann ist er in seinem Alter auf Hilfe angewiesen. Wenn es so ist, dass ein Mensch nach Gottes Willen viele Kinder in die Welt gebracht hat. Denn so hat Gott am Anfang gesagt. Er hat gesagt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen. So hat er Mann und Frau geschaffen, so dass sie ein Fleisch sein sollen, verbunden in Liebe, in einem Bund der Liebe, der Treue, in der Ehe verbunden miteinander, so dass eine gute Grundlage dafür entsteht, dass diese beiden, die ein Fleisch geworden sind, ja sie sollen fruchtbar sein und sich mehren, Frucht hervorbringen, das ist Gottes Plan für unser Leben und das ist doch was wunderschönes, wenn du dir das vorstellst, du überlegst, Mann, das ist Gottes Plan, ein Mann, eine Frau, sie heiraten zusammen, sie schließen diese bunte Ehe und dann lieben sie sich und sind sich treu und aus ihrer Liebesverbindung entstehen Kinder, die dann aufwachsen unter zwei Elternpaar, einem Elternpaar, das sich liebt, das sich treu ist, ist doch wunderbar, ist doch wunderschön. In unserem Grundgesetz steht das drin, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz. Das ist eins der Grund, wie heißt das hier? Genau, die Artikel, Grundrechte. Also, aber wisst ihr, was wir damit machen? Wir untergraben das mehr und mehr in den verschiedensten Arten und Weisen. Und das Ende davon von dem Lied ist, wir trennen das, was eigentlich zusammengehört. Sexualität ist eigentlich von Gott geschaffen als Bestandteil dieses Treue- und Liebesbündnisses zwischen Mann und Frau und ist Bestandteil des Fruchtbringens. Aber wir lösen das davon und sagen, nein, Sexualität ist für meine persönliche Befriedigung da, für meine Selbstentfaltung. Es geht um mich, es geht um unsere Selbstentfaltung. Ganz individuell will ich mich selbst entfalten und wenn ich eine Partnerschaft habe, dann nur, weil es mir etwas bringt, weil ich daraus Gewinn ziehe und ja, mein Partner auch, okay, da bin ich einverstanden, das ist eine Win-Win-Situation, okay, gut, wir ziehen beide was daraus, aber Kinder stören, Kinder bringen das alles durcheinander. Nee, lass uns warten mit den Kindern. Wir haben ja jetzt diese ganz tollen Techniken der Empfängnisverhütung. Lass uns warten mit den Kindern, damit wir noch mehr uns genießen können, damit wir noch mehr unser Leben genießen können, damit wir unsere Karriere aufbauen können, damit wir dies, damit wir das können. Nein, Kinder stören. Mittlerweile ist es so, dass in Deutschland Frauen im Durchschnitt mit 30 ihr erstes Kind bekommen. Sie sind aber, sag ich mal, das erste Mal bekommen sie ihre Regeln, immer früher, mittlerweile so, ich weiß nicht, ob der Durchschnitt bei 12 oder so liegt, keine Ahnung. 18 verschenkte Jahre. Wenn du so willst. Nein, versteht mich nicht falsch, bitte versteht mich nicht falsch, versteht mich bitte nicht falsch. Nein, es ist ja gut, dass man reift, dass man heranreift, bevor man Vater und Mutter wird, aber wir übertreiben es. Wie gesagt, aus diesen selbst, aus diesen selbstsüchtigen Gründen übertreiben wir es und es kommt dazu, dass bei vielen Frauen irgendwann der Zug abgefahren ist und mittlerweile jede fünfte Frau kinderlos ist in Deutschland. Also ein Alter erreicht hat, wo sie keine Kinder mehr kriegen kann und auch keins bekommen hat. Ja und was passiert? Die Alters, ihr kennt doch hier diese Geschichte mit der Rente und so weiter. Geschichte mit der Rente und dann kommt das mit der Pflege und wir haben große Probleme in unserem Land deswegen. weil wir die Maßstäbe Gottes nicht mehr für uns als geltend annehmen, weil wir uns nicht ausstrecken danach von der Liebe Gottes erfüllt zu sein und seine Pläne zu erfüllen, sondern weil wir unsere eigenen Pläne erfüllen wollen, unser eigenes Königreich aufrichten wollen. Vers 29 Der Langmütige ist reich an Verständnis, aber der Jezornige trägt Narrheit davon. Ja, Langmut ist es. Langmut ist eine Frucht des Geistes. Jezorn ist aber ein Werk des Fleisches. Der Jezornige wird zornig deswegen, weil er nichts unter Kontrolle hat. Er merkt plötzlich mir entgleitet hier alles. Ich habe die Sache nicht mehr unter Kontrolle. Und manche Leute werden dann total panisch, andere werden zornig und brechen aus in ihrem Zorn. Aber der Langmütige weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Und wenn er in Not gerät und die Dinge ihm aus der Hand geraten, dann flüchtet er sich zu seinem Gott. Und findet bei ihm den Frieden und die Ruhe, weil er weiß, Gott steht über dem Ganzen. Ich habe zwar nichts unter Kontrolle, aber Gott hat alles unter Kontrolle und Gott ist für mich. Also, was mache ich mir Sorgen? Trotzdem habe ich diese Kämpfe. Wir haben alle diese Kämpfe. Aber wenn du frei werden willst von deinem Jezorn, dann sage ich dir, du musst Gott mehr vor Augen haben. Fürchte Gott, ehre ihn. Du hast nicht alles unter Kontrolle. Diese Botschaft musst du dir tief ins Herz hinein schreiben. Ich habe nicht alles unter Kontrolle. Es wird immer wieder Situationen geben, wo ich das spüren werde, wo ich merken werde, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Reinige mich von diesem Stolz dieser Überheblichkeit, dass ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Lass mich wirklich vertrauen auf dich, dass du alles unter Kontrolle hast. Und wenn ich merke, dass ich es nicht unter Kontrolle habe, dass ich dann ruhig bleibe, langmütig. Der Langmütige ist reich an Verständnis. Er kann zuhören, er wartet ab, er kann sich hineindenken, auch in die Situation eines anderen. Wie gut, dass Gott langmütig ist und nicht jähzornig, oder? Ein gelassenes Herz ist das Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft oder auch Eifersucht kann man hier auch übersetzen. Diese Brennende, dieses Brennen in uns. Bezogen auf die Liebe wird uns das gerne so vor Augen geführt, wird uns das gern suggeriert, dass die beste Liebe ist die leidenschaftliche Liebe. Wenn du alles vergisst, zwei Menschen kommen sich nahe und sind von Leidenschaft erfüllt, in Liebe geben sie sich einander hin. Es ist egal, dass der eine verheiratet ist. Es ist egal, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen ist. Von Leidenschaft erfüllt, das ist die qualitativ beste Liebe. Das ist eine Lüge. Hier steht es. Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat, aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Hier hat Jesus gesagt, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Wenn du es mit einem Menschen zu tun hast, wie wir vorhin gesehen haben, wenn du einen Menschen verachtest, du sündigst, weil Gott ist in deinem Nächsten. Nicht direkt, aber indirekt. Gott hat den Nächsten geschaffen. Jeder Mensch ist in Gottes Augen wertvoll, weil Gott sich für jeden Menschen hat kreuzigen lassen. Gott liebt jeden Menschen und wenn du jemanden unterdrückst, verhöhnt, verachtest, dann verhöhnt du Gott selbst, weil er identifiziert sich mit jedem Menschen und gerade mit dem, der arm ist und schwach ist. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Wenn du Gott ehren willst, wenn du Gott anbeten willst, dann erbarme dich über den Armen. In seinem Unglück wird der Gottlose umgestoßen, aber der Gerechte ist noch in seinem Tode geborgen. Wie es im Psalm 23 heißt, wenn ich auch wandere im finsteren Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Gerechte, der mit Gott geht, der mit Gott wandelt, er ist auch in seinem Tod geborgen. Was für eine wunderbare Verheißung hier. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, weder Leben noch Tod. Im Herzen des Verständigen ruht die Weisheit, aber unter den Toren schwitzt sie. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Ja, wenn da Menschen sind, die die Gerechtigkeit Gottes suchen und nach der Gerechtigkeit leben und wandeln, dann wird das ganze Volk mitgesegnet. So sehen wir es bei Sodom. Abraham betet zu Gott, bittet Gott, Herr, wenn da zehn Gerechte in dieser Stadt sind, dann wirst du doch diese Stadt verschonen, oder? Um der zehn Gerechten Willen. Und Gott sagt, ja, ich werde sie verschonen, ich werde das Gericht nicht über diese Stadt kommen lassen, die so böse ist, weil der zehn Gerechte sind, die ein Zeugnis sind, die Licht und Salz sind. So hat es einen Mehrwert, dass wir gerecht wandeln, nicht nur für uns persönlich, sondern für unsere Mitmenschen, für unser Land. Es ist ein Segen, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes suchen, wenn wir in ihr leben, wenn wir in ihr wandeln. Aber Sünde ist die Schande der Völker. So ist Sodom ergangen. Der Gerechte wurde herausgerettet, der Letzte, der da war mit seinen beiden Töchtern. Aber Sodom wurde zerstört und gilt als der Inbegriff der Sünde und der Schande. Des Königs wohlgefallen wird dem klugen Knecht zuteil, aber den Schandbaren trifft sein Zorn. So lasst uns kluge Knechte sein. Wir haben vom Herrn eine Aufgabe bekommen in dieser Welt. Lasst uns, wenn Jesus wiederkommt, bei dieser Aufgabe gefunden werden. Lasst uns kluge Knechte sein, die Zeit auskaufen und die Zeit nicht verdaddeln. Lasst uns treue Zeugen sein, die mit ihrem Leben bezeugen, die Wahrheit des wunderbaren Evangeliums und lasst uns Gott ehren und ihn vor Augen haben in allen Dingen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du mit uns bist, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, dass du uns Würde und Wert gibst, dass wir in deinen Augen wert geachtet sind, obwohl wir staub sind, obwohl wir schwach sind, obwohl wir Sünder sind. Du hast uns alles vergeben und uns unter dein Volk hineingepropft, dass wir Teil der Kinderschar Gottes sind. Lass du uns so leben, dass wir dich verherrlichen und dich ehren mit unseren Taten, mit unserem Leben. Segne du uns dazu und stärke uns durch dein Geist. Amen.